Welcher Gauner versteckt sich hinter all diesen Verkleidungen? Einmal ist mir folgendes passiert, ich wollte gerade einkaufen gehen, da taucht dieser Old Sam auf. Old Sam, gut, dass ich Sie treffe, ich weiß nämlich schon mehr über die Pfeile. Echt? Was? Rollst du mit! Oh, mir. Irgendwie erinnern Sie mich an jemanden, den ich kenne. Wurst! Was ist mit der Pfeile? Hey, Moment, sind Sie nicht... Und wer trägt da ein Vogelnest auf dem Kopf? Kuckuck! Kuckuck! Und wer ist dieser Eisverkäufer? Wenn ihr Freunde seid, dürft ihr natürlich gerne die Schrauben sehen. Also kommt mit! Ihr habt einen Verdacht? Das Frettchen. Genau. Die besonderen Kennzeichen des Frettchens sind eine Lederkappe, Sonnenbrille und vor allem ein Zahnstocher zwischen den Lippen. Frettchen, wie auch immer du dich verkleidest, wir kommen dir auf die Spur. Spannend!